Hallo, dies ist wieder mal ein kleines Infovideo. Und zwar geht es heute um Portal 1. Und zwar wollte ich bloß sagen, dass ich das Projekt schon beendet habe, weil das bloß die Demo ist. Also von Portal 1 und die Portal 1 Demo, die geht nur bis Test kann man ziehen. Und vielleicht werde ich Portal 2 Let's Playen, weiß ich noch nicht. Das war es auch schon wieder. Ciao.